Leute, ich werde euch jetzt mal meinen Trick verraten gegen Langeweile bei langen Autofahrten. Gut aufgepasst! Der Trick ist ziemlich einfach und zwar, man muss hier einfach nur dieses Teil aufklappen, dann holt man sich hier erstmal auf entspannten Tisch raus, Leute. So, Leute, erstmal einen Tisch auspacken. Das war erstmal Schritt 1. Schritt Nummer 2 ist, ihr schnappt euch euer Laptop, Leute. Klappt das Laptop auf und dann Schritt 3, ihr zockt einfach Minecraft, Leute. So wird jede lange Autofahrt nur noch halb so schlimm sein, Leute. Jetzt alle liken und abonnieren!